jo weiter geht's hier black arts wir haben jetzt noch mal gerastet aber die wunden sind geblieben ja die rosten und überall die entführte hier erführte ja das sind diese ganzen leute die ganzen bauern und so die entführt worden sind sind nur zwei stück hier oder ja jetzt hab ich ja noch ein speer ja lass doch mal wir müssen nur daran denken kurz vor ende des gefechts immer zu ändern ja warte warte nein nicht angreifen dass sie kommen erst angreifen wenn du das weiße in ihren augen sie ist okay den haben wir jetzt alle auf dem präsentierteller hallo so sieht es ganz schön aus das muss man schon mal sehen super oben 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 meist in einem blatt so und die auf alle kanal über ein zwerg deswegen ist der zwerg ja auch ein kleiner mensch genau bist du irgendwie behindert wow sieben mit einem zauberer ist ja ein ding also auf jeden fall müssen wir bevor man dann zum folterer reingehen noch mal ein bisschen was also skillen noch mal die waffen skillen ja drauf man ist nur noch einer was müssen wir machen es sind ja noch kisten die man vielleicht öffnen kann oder irgendwas was war das jetzt was machst du denn was ist denn jetzt los ja was wird denn das auf bogen wechseln oder so wichtig war das jetzt auch nicht doch ist es hört man auch in der pause hör auf ein goblin ihr befreit mich ja ja ist das denn ein goblin ja befreit den hast du den frei weiß ich nicht mehr bestimmt frei raus mit dir danke 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 hier nimm 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 geschenk yeah wunderschön ein knochen nicht knochen schlüssel für größten schatz von ganz fürstentum so lag ja 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 weg mit dir stinker ist schlüssel was ist wo kann ich den ansetzen hat es auch noch nicht ne da war jetzt ein schlüssel bekommen und noch gibt und alles ja aber du guck doch mal dass das hier jetzt mal in trockene tücher kommt was denn geht es erstmal in die charakteren charakterprofil und dass man mal die noch mal die waffen noch ein bisschen abgraden ja spät nochmal da gemacht ja 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 mit mehr handel schlechten ja doch ja 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 auch in der hatte hat er hat er hat er ja noch mal was geben und zwei stunden der braucht nicht mehr na wohl stock kannst du mal auf parade vielleicht die welt so jawohl parade ist gut alles gut ja gut hat er nie so wohnen deutsch und wer hat er noch einmal hier null null hatte hat gehen wir mal haben wir alles raus jetzt man ist jetzt schon alle so jetzt den feinen countdown oder volterra volterra nach ist der feinde kam dann also hier in diesem langsitz halten jetzt wird spannend so sieht man sich wieder du verflucht raus mit euch na gut zum fransen bogenfrau die kann schon drauf und ich würde auch den erst mal so ein bisschen ausgeweicht also hier kann ich kann ich mal doch ganz da hast du ja den ersten schlag den vier hast du jetzt gezeigt wurde einmal hängt okay brauchst du keine finden ja die sind behindert vielleicht nett aber was erlauben strom sogar genau der da ist mit thomas da ist was erlaube was erlaube was erlaube ganz schön feuer muss aber hier weil es nicht steht im weg natürlich wird nichts ist ja noch mal ein feuer fall feuer ball doch doch so die die kann doch ja ja damit haben die rechnen halten damit ja das ist mal heile sperr weg gehen vielleicht dann kannst du scheißen scheißen was was oder soll ich den platz machen renn mal mit dem zwerg durch das schaffen wir schon ganz gut hier mit dem auch wenn der da ist dann haben wir doch gewonnen oder wir machen ja ohne noch ein bisschen vielleicht kriegen wir dann auch mehr erfahrungspunkte wenn man dann ein paar gegner mehr töten das gab ich hab mal oben da den den der zwerg angegriffen vielleicht hatte das geheilt worden nein habe geklickt schauen was gucken welcher welche angehörigst du bist auch an der ohne der hat nur zwölf der letzte schon platt machen können was mit dennoch schuld sein wenn du an der maus bist ist mal katastrophe solch mal nicht mehr zu tun wäre vielleicht besser sie sieht aus wie sherlock jede ok das sieht er aus wie sherlock ein bisschen wer ist wer ist dieser schaden wo ist denn der zwölfer wenn nur zwölf iphone sagt immer noch das bild drauf der der zum beispiel ja ist ja ich muss mal versuchen naja da lacht sich der zwerg kaputt ne da lacht er sich kaputt ne jawohl warm vor damit hat er jetzt nicht gerechnet wir machen den weg frei sperre albert albert was wie wie ich weiß schon das ist 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 dann hast du keine pfeile mehr wir sind damit versteht es nicht jetzt bist du wahrscheinlich rausgelaufen aus dem radios oder irgendwas mit dem stärksten angriff und den schwächsten probleme also in den späteren level hast du echt keine chance wenn du das so macht wechsel auf die waffe ich glaube wenn der wenn ein nahkämpfer an einem fernkämpfer dran steht dann kann der fernkämpfer sich nicht mehr so gut konzentrieren deswegen hat die jetzt vorbei geschossen und die hatten drei spitze auf weiß was das heißt nein sie hat robin hood filme gesehen das wahrscheinlich wir warten mal so meister schuss funktioniert gar nichts der meister schuss das hätte aber funktionieren ach komm ich hab gesagt soll es kommen das ist wie so ein trance wie diese pavianärsche die da so von dir her wackeln das ist wie so eine lava lampe weißt du jetzt sitzt dann hier und siehst dann die ganze zeit diese diese ärsche wackeln es gibt leute die bezahlen dafür geld im zoo klasse zoo ach ich hab so bock auf zoo echt ja ich weiß nicht ich bin irgendwie so zotechnisch drauf fangst du doch jetzt wieder mit hast doch jetzt wieder weiß schon wieso lassen sie dich wieder ins affenhaus rein oder weiter oder beziehungsweise raus ja ja du hast du jetzt wieder so gefährten sozusagen ja mit dem leben so gehen kannst na ja ja so ist der hammer ich empfehle dir den den frankfurter nehmen kölner steht der fest das wurde da war schon so oft alle kölner ist der kölner weiß ich noch nicht das ist der beste ich schwörste ich war da schon und wow das ist die hat die hat ultimate hardcore zoo oder die hatten erdmännchen nein am stück oder als filet in der höhle serviert man die heutzutage in der höhle ja erdmännchen sind die nicht im frankfurter zoo ja die waren da aber letztes mal ne ich war ja erst vor kurzem da hat mänchen das sind doch die 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 wo da so immer so hochgucken so wie der timon vielleicht haben sie gesessen wo du da warst und dass wir hast du nicht gesehen so und jetzt wirst du reden glatzkopf schon gut was wollt ihr achso was wollen wir denn warum habt ihr mich gefoltert warum habt ihr mich gefoltert das musste dein freund lysander fragen ich sollte nur einen namen aus der herauskitzeln name was zum hänker ist das für ein name wenn ich das wüsste hätte ich dich nicht foltern müssen oder ich weiß von keinem namen dann ist wohl alles nur ein unschönes missverständnis wir sollten gemeinsam grangora was macht er dort das weiß ich nicht was habt ihr mit meiner schwester gemacht wir haben versucht sie zu heilen zu heilen zu heilen wovon sie war nicht krank ganz im gegensatz zu dir wenn ich mir dein gesicht anschaue gibt acht wem du dich anschließt spitzohr deine feinde könnten dir näher sein als du glaubst ich habe keine ahnung ob ich dieses ding im singleplayer gemacht habe wo ich allein gespielt habe ich weiß es nicht mehr als ich gemacht habe dann fragt die götter nach dem namen wir sind ja eine böse gruppe die 13 lobreisungen des namenlosen habe ich gemacht was sagt man dazu wir sind in einem rattennest getrapt das sind praktiere der namenlose ist der verstoßene gott der ursprung alles bösen in der welt die ratten dienen ihm angeblich hört euch das an und sein zeitalter wird kommen seine augen vereinen die welt seine hand richtet sie auf trümmern wieder auf die lämmer erheben sich gegen die wölfe und sein geflüstertes wort erfüllt die herzen der frommen und glückseligen da kann das auswendig sein aber wenn der folterer ein anhänger des namenlosen ist was sagt das dann über dein freund lysander willst du sagen was ist das für eine purpurene flüssigkeit riecht nach lorbeer ich rieche nichts was steht auf dem zettel an der flasche m macht verabschritte eine probe der neuen lieferungen äh ein neuer liebesdrunk vielleicht oder ein gift gut schmarrn so was haben wir da jetzt gekommen wo ist das Buch der abschwörungen abschwörungen ja das sind halt du kannst dann und jetzt quasi neue zauber klüger bin ich auch nicht gewonnen achso wir reisen weiter nach mengvila niamp es tut mir leid dass wir deiner schwester nicht helfen konnten du willst diesen lysander suchen nicht wahr dann komme ich mit euch vielleicht finde ich heraus was sie meiner schwester angetan haben das schulde ich ihr ja ich bin immer wieder ganz begeistert von diesem dsa stil der hat so einen eigenen stil irgendwie wie die klamotten aussehen und die rüstung und so und das ist irgendwie das ist alles so einigermaßen schlicht aber du erkennst sofort okay könnte ein dsa spiel sein auch diesen streuner schlapp hüten drei spitz wie die gemacht sind und so das ist schon ganz cool findest du ja gut wir hören jetzt auf machen break und dann sehen wir mal was wir noch so machen können ob wir den nach mengvila kommen ja und den typ da ausräuchern ja genau so machen wir das ja dann bis zum nächsten mal wir sind der denn ohne tool ohne tool tschüss tschüss ja ja